ja hallo und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wir wagen uns gleich, wenn wir denn reingelassen werden, in eine berühmt-berüchtigte Spelunke. Aber vorher nehmen wir noch was mit. Ich habe da was gesehen. Was gibt es denn hier? Einen Mega-Power-Trank. Ich bin begeistert. Wie war denn das eigentlich Tab gedrückt halten? Ich würde gerne das hier mit dem Tab leer machen, wenn das geht. Nee, geht aber nicht. Damit ich nicht aus Versehen irgendwas einsetze. Schade, das geht leider nicht. Hox-Head. Ja, passt ja. Hox-Head. Wie heißen die nochmal? Egal. Eberkopf. Musik hört sich schon mal brauchbar an. Guten Tag. Hört die Musik plötzlich auf. Draußen hört es sich noch nach Party an. Kommst du rein? Keiner da. Na, lass mal was trinken. Krieg ich noch einen? Sagt gar nichts. Bing. Da hängen aber Klammern. Wo sind die Leute denn alle? Oh, da ist der Eber. Warum komme ich nicht an die Seite ran? Die hängt in seinem Kopf oder was? Nein, hier. Wandmontierter Eberkopf. Dieser an der Wand montierte Eberkopf verdreht die Augen und rümpft die Nase, ob der Zwielichen-Atmosphäre und der doch eher interessanten Kundschaft im Gasthaus desselben Namens. Ich finde sowas ganz gemütlich, muss ich sagen. Ja, darauf heben wir erst nochmal einen. Revelio. Kommen wir nicht rein. Da hinten geht es noch eine Treppe hoch. Vielleicht hinten rum. Stellen wir nochmal was trinken unterwegs. Ein paar Münzen. Was ist denn das? Revelio. Dann habe ich ja auch schon mehrere gesehen. Können die was? Reviose. Achio. Hm. So zumindest nicht. Da hinten geht es raus. Revelio. Raus möchte ich aber noch nicht. Nicht die Kisten denn irgendwie da wegziehen? Achio. Lüstet er die Zaubersprüche sogar? Levioso. Hey, das habe ich mir anders vorgestellt hier beim Eberkopf. So richtig Remi Demi. Aber es ist auch schon wieder Tag. Wahrscheinlich ist deswegen niemand hier. Revelio. Na? Da war irgendwo noch eine Buchseite. Hier. Ege des Eberkopfes. Diese Stege vor dem Wirtshaus Eberkopf bieten einen angenehmen Platz zum Sitzen und Entspannen. Sofern einem das gelingt, wenn man nur einen Steinwurf von dem entfernt ist, was in dem zwielichtigen Wirtshaus vor sich geht. Ja, gar nichts. Geht davor. Revelio. Okay, soweit zum Eberkopf. So, was gibt es noch? Schön wäre auch, wenn angezeigt würde, welche Orte man schon besucht hat. Die drei Besen, da waren wir ja schon drin. Zonkos Scherzartikel-Laden. Ein Laden für Scherz und Trickartikel mit einer tollen Auswahl an Gerätschaften zum Streichespielen. Wie beißenden T-Tasten, aufblasbaren Zungen und Stinkbomben. Okay, lass mal gucken. Was liegt hier noch auf dem Weg? Zaubertränke, das kennen wir ja. Der Nebel des Grauens. Trinkgeld geben? Nein. Trotzdem schön, was du da machst. Ich als armer Zauberschüler muss ein bisschen aufpassen mit meinem Geld. Zonkos Scherzartikel-Laden. Zonkos Scherzartikel-Laden in Hogsmeade wird regelmäßig von Hogwarts-Schülern und Dorfbewohnern gleichermaßen besucht, da hier verschiedene Scherzartikel verkauft werden. Ja, Weasleys gibt es in der Zeit ja noch nicht. Level Up! Da ist gleich noch eine Seite. Ja, nicht so der Sammler eigentlich, aber wenn die so auf dem Weg liegen. Fässer mit Butterbier. In diesen Fässern wird das bei Hexen und Zauberern so beliebte Butterbier gelagert. Es wird sowohl kalt als auch heißer werden. Dann hat er einen geringen Alkoholgehalt, der auf Hauselfen viel stärker zu wirken scheint als auf Menschen. Ja, müssen wir mal einen Hauself abfüllen demnächst. Reveglio. Okay, dann lassen wir sehen, was los ist bei Zonkos. Oh, Eisenbahn. Der Dachs mag Züge. Danke, ein Geschenk für mich. Reveglio. Roschleichseife. Wer sich mit diesem Stück Seife waschen möchte, kann sich auf ein amphibisches Erlebnis der besonderen Art einstellen. Wenn die Seife unter Wasser gehalten wird, bahnen sich kleine Kaulquappen ihren Weg aus dem Schaum. Naja. Kann man machen. Kann man aber auch lassen. So, was kannst du? Zonkos Ballons. Kein Gefangenen und jetzt? Okay. Bühne frei. Reveglio. Okay, das war es scheinbar hier unten. Der Maulwurfen. Na, spielen wir noch eine Runde Poker. Bust in a bottle. Reveglio. Dann muss ich mal so eine Eisenbahn fahren sehen hier. Die beißen dann Tassen? Ja. Ja, mach du mal. Was ist das hier? Bewildering Can of Mystery. Eine Dose geheimnisvoll. Quality Surprise Cannes and Distributed by Anderson Brothers and Company. Okay. Jo. Jo. Brauchst du mir mal was? Warte mal, ich muss das nochmal machen. Da passieren auch nochmal unterschiedliche Dinger hier. Mystery Box. Gibt es noch mehr? Ja. Cool. Reveglio. Bindbombe. Die Stinkbombe ist ein beliebter Schabernack. Das haben wir ja zum Anfang des Spiels relativ schon gesehen. Denn sie erzeugt einen üblen Geruch, der jeden im Nierenumkreis fluchtartig vertreibt. Und können wir mal eine auslösen? Guck nicht so skeptisch. Ah. Wer kennt ihn nicht, den verführerischen roten Knopf? Don't push. Machen wir's? Machen wir, oder? Ist hier doch noch was anderes, wenn man da drauf drückt. Okay. So, wo kommen wir hier hin? Okay, hier geht's wieder raus. Ach, das ist einmal der Rundgang hier. Es gab gar nichts abzusagen hier. Hey. Aufbleiben. Ein cooler Laden auf jeden Fall. Hier oben kommen wir wieder auf den... Hier kommen wir wieder zum Honeydukes. Heißt, darf man sich nicht entgehen lassen? So, hier, das waren die. Schnell wieder raus. Bevor die Katzen kommen. Apropos Katze. Stöpsocken. Wurde er... Flucht? Oh. Können wir diese Socken nicht zu Mr. Hill zurückbringen und mir normale besorgen? Du kannst dir deine Socken aussuchen, wenn du... Stöpsocken? Bis dahin wirst du lernen, sparsam zu sein und dich zu benehmen. Du machst dir eine Szene. Papa, kann man Zauber wirklich aus Dingen herauswaschen? Sei nicht albern. Diese Frau würde alles sagen, um keinen Knut auszugeben. Zauber aus Dingen herauswaschen. Dervis and Benjos. Dervis? Ah, hier waren wir auch schon. Das ist nur ein anderer Eingang. Da waren wir hier noch nicht. Doch. Rivellion. Trotzdem gibt es hier noch eine Handbuchseite. Spikoskop. Ein Spikoskop ist eine Art Antiobskurant und dreht sich, pfeift und leuchtet auf, wenn es jemandem in der Nähe entdeckt, dem man nicht trauen kann. Ach, das ist interessant. Es sollte allerdings mit Vorsicht benutzt werden, da es das Ziel sofort auf denjenigen aufmerksam macht, der es einsetzt. Ja. Genau, hier waren wir ja schon. Ich habe überall Rivellion. Ja. Also man kann nicht oft genug Rivellion machen. Da habe ich doch noch eine Handbuchseite übersehen hier drin. Das ist auch eine Autorevellion. So, nochmal auf die Karte gucken. So, Scherzartikel laden. Die drei Besen. Steppli und Söhne. Söhne, das war das Teehaus. Der Platz von Hogsmeade. Der Honigtopf. Wo haben wir denn die Süßigkeiten gegessen? Waren wir da? Ne, das war nicht im Buttertopf, sondern... Warte mal. Wo waren wir denn da? War das der Honigtopf? Der war doch irgendwie anders bezeichnet, oder? Ja, das muss ja gewesen sein. So, hier waren wir schon. So, nähere Umgebung von Hogsmeade haben wir eigentlich. Ja gut, wir haben hier noch den alten Narr. Und wir können hier noch ein bisschen, ähm... Ach, das ist ein Geschäft. Ja, komm, dann, äh... Lassen wir die nochmal ablaufen hier. Die zwei Punkte. Ich glaube, dann haben wir Hogsmeade durch. Sollte ich was übersehen haben? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und sollte ich nichts übersehen haben? Schreibt mir doch gerne trotzdem was in die Kommentare. Ich freue mich. Über jeden, der was schreibt. So, wo müssen wir lang? Da, über die Brücke. Der alte Narr. Was sind wir denn hier? Friedhof? Friedhof. Danke. Wie ist immer zappelt, Dick. Reveglio. Mega Powertrank. Noch ein Geldsäckchen. Gucken wir denn da rauf. Hm. Gehen wir mal runter. Och, schade. Die Tür ist auf, aber... Wir können nicht reingehen, oder? Komm, wenn wir Licht anmachen. Auch nicht. Okay, dann weiter zum alten Narr. Macht es einem ja nicht leicht, zu ihm zu kommen. Ja, doch geht. Ach ja. Ich hätte auch ganz normal einen Weg lang laufen können, um hier rauf zu kommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn euch das gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und da hinten, das ist wahrscheinlich gleich der Shop. Mit den magischen Tierwesen habe ich absichtlich ausgelassen, weil an dem Punkt bin ich ja noch gar nicht. Da muss ich bestimmt sowieso nochmal hin. Oh, warte mal. Ich muss nochmal zurück. Da malt jemand was. Ja, was malt er denn? Fuchs mit. Nimm ich mit. Okay, wir gehen jetzt nochmal rauf zum alten Narr. Was der kann, wer der ist und, ja, was wir dann da erleben oder für Geschichten erzählt bekommen, das, ja, schauen und hören wir uns dann. Oh, da ist noch was. In der nächsten Folge an. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.